Hallo und herzlich willkommen hier bei TQ. Wir tauschen heute mal die Ski gegen das Fahrrad und schauen uns an, wie so ein E-Bike-System aufgebaut ist. Servus, ich bin heute hier bei TQ in Peiting und hier arbeitet der Toni und der macht hier die E-Bike-Motoren und tüftelt da rum. Und jetzt nehme ich euch mal mit. Servus, du bist der Toni, oder? Ja. Du bist der Mann für die Erfindungen hier, habe ich gehört. Ja, genau, das ist mein Job. Der Tiftler. Was ist denn genau deine Aufgabe hier? Ja, kann ich dir gerne zeigen. Guck dir her. Mein Job bei TQ ist die Vorentwicklung. Und Vorentwicklung ist halt ganz am Anfang, wo halt die Ideen entstehen, wo halt Produkte entstehen. Da geht es halt darum, Sachen auszuprobieren, die es halt so noch nicht gibt. Schauen, wo sind die Grenzen und was passiert, wenn man über die Grenzen hinausgeht. Und das Ziel ist dann, halt wirklich neue Dinge zum Leben zu erwecken. Also neue Technologien zu schaffen, neue Funktionsprinzipien und deren Machbarkeit einfach zu beweisen. Und was ist dir jetzt genau wichtig an den Produkten, die du dann erfindest oder entwickelst? Ja, das Wichtigste ist immer der Spaß. Also mein persönlicher Anspruch ist, dass es nicht nur mir Spaß macht, das zu entwickeln, sondern wirklich die Leute, die das dann bauen und auch die, die das dann fahren, vor allem der Endkunde, dass die wirklich ein Stück Lebensqualität haben. Also einfach Spaß halt dran am Fahren, dass es ihnen was hilft und halt auch Lebensfreude macht. Und was ist jetzt an dem Motor jetzt das Besondere? Also das Besondere an dem Motor ist einmal, dass er eine sehr hohe Drehmoment- und Leistungsdichte hat. Das bedeutet, die Leistung und die Kraft, die er entwickelt, kann in sehr kleinem Bauraum mit sehr wenig Volumen und mit sehr wenig Gewicht realisiert werden. Und das Nächste ist auch die Charakteristik. Wir haben sehr viel ausprobiert und geforscht in Sachen Fahrverhalten. Ein E-Bike steuert man ja mit den Beinen an. Mensch und Maschine müssen perfekt zusammenarbeiten. Die große Herausforderung ist, die Sensorik so abzustimmen und auch die Motorsteuerung, dass sich das wirklich für alle möglichen Fahrer, sei es Sportler, sei es Oma, Kind, Opa, jede Kategorie, dass der sagt, ja, das bringt mir was, das macht mir Spaß. Und wie kommt das jetzt zustande, dass der Motor dann so viel Kraft hat? Ja, das Besondere ist dieses Getriebe da drin, dieses Pinring-Getriebe. Das ist an dem Namen HPR versteckt. Der Mensch hat eine bestimmte Drehzahl, das ist eine Trittfrequenz, die liegt irgendwo im Bereich zwischen 0 und 100. Und eine E-Maschine läuft halt besonders gut und effizient, eigentlich erst bei sehr viel höheren Drehzahlen. Und deshalb braucht man ein sehr hoch untersetztes Getriebe. Das haben auch alle E-Bike-Motoren. Und dieses Getriebe ist in der Regel der Part, der am meisten Bauraum, am meisten Platz und am meisten Gewicht braucht. Und das Getriebe, das wir hier erfunden und entwickelt haben, braucht sehr wenig Platz und Bauraum. Das ist sehr klein. Ich kann dir das auch mal kurz zeigen, dann kann man sich vielleicht ein bisschen was darunter vorstellen. Wenn man in so einen Antrieb reinschaut, ist es einfach so durchgeschnitten. Und hier sieht man schon die E-Maschine. Hier ist das Tretlager, da sind die Kurbeln, da ist dann das Kettenblatt. Und normalerweise ist in so einem Antrieb jetzt das Getriebe, die ganzen Zahnrädern, der größte Part an dem ganzen System. Und bei uns hier ist das Getriebe nur der Teil. Im Getriebe, muss man sich vorstellen, einfach erklärt sind erst mal zwei Zahnräder, das die Kraft überträgt. Und wenn man hohe Untersetzungen haben will, dann setzt man meistens mehrere Stufen hintereinander. Oder man braucht sehr große Zahnräder. Und Zahnräder haben halt ein, zwei Zähne im Eingriff und der Rest der Zähne, die sind sozusagen arbeitslos. Das Besondere an unserem Getriebe ist, dass wir es geschafft haben, alle Zähne arbeiten zu lassen. Und die Kraftübertragung geht eben über die Pins. Und wenn man jetzt schaut, egal an welcher Stelle die Kraft übertragen wird, der Pin ist immer im Eingriff. Das heißt, ich habe immer alle Zähne im Eingriff. So, also hier ist der Außenring vom Kugellager. Wenn man ihn in den Rotor dreht, dann schiebt es den Pin praktisch nach außen. Und der Pin geht entlang der Zahnkontur immer weiter. Und egal welcher Pin und an welcher Stelle, die Zähne sind immer im Eingriff. Also das heißt, egal wie ich die Technologie einsetze, ob ich jetzt viel Leistung will oder einfach nur sehr klein bauen will. Das Besondere an der Technologie ist einfach, dass man auf sehr kleinen Bauraum sehr viel Kraft übertragen kann. Ja, und wenn man jetzt sowas Neues erfindet und das heißt, dass niemand anders sowas hat, und wer baut das dann? Wenn man was selber erfindet, dann gibt es auch keinen, den man fragen kann und in der Regel auch keinen, der das baut. Und darum bauen wir das einfach selber. Wenn es dich interessiert, dann können wir uns das gerne mal anschauen. Ja, gerne. Okay, gehen wir mal zu den Maschinen. So, da ist die Edelschmiede, da werden die Teile gebaut. Da sind halt jetzt mehr Fräsmaschinen, Drehmaschinen. Damit bauen wir die Teile, die wir alle selber entwickeln. Das ist halt auch wichtig, dass wir das wirklich auch selber machen, denn es gilt halt auf diesem Weg, wenn man sowas macht, immer wieder Sachen rauszufinden, Sachen zum Laufen zu bringen. Und immer dann, wenn du wieder vor Herausforderung stehst, dann darf man einfach keine Zeit verlieren. Du musst sofort eine Lösung haben, musst das sofort bauen. Und das ist was, was wir auch gelernt haben, wir müssen das selber im Griff haben. Und darum bauen wir die Teile ja alle selber und entwickeln die immer weiter. Und auch während dem ganzen Fertigungsprozess kommen immer wieder neue Potenziale auf und wir bringen die Teile immer weiter. Und da beginnt halt dann die Reise von unserem E-Bike und dann geht es dann los. Okay, danke dir, Toni. War super, hat echt Spaß gemacht. Danke für die Erklärungen und schauen wir mal, was die anderen so rausgefunden haben. Toni, eine Frage hätte ich noch. Du bist ja auch schon mal eine Skysprungschanze runter, aber mit dem Motorrad, oder? Ja, genau. Das war so ein Kindheitstraum und den habe ich mir mal erfüllt. Das war dann mal bei Wetten, dass im Fernsehen und hat mir ziemlich Spaß gemacht. Aber das, was mich da eigentlich bei der Vorbereitung am meisten gewurmt hat und was ich mich immer gefragt habe, wie kann man da mit den Ski runterspringen? Ist da viel zu gefährlich. Ich glaube, für uns ist es gar nicht so gefährlich. Skifahren kann ich für den Hausgebrauch, aber so scheint es nicht, dass ich niemals runterspringe. Ich muss das echt bewundern, wie man da so runtersegeln kann. Und auf dem Motorrad bin ich aufgewachsen, da ist das was anderes. Da fühle ich mich heimelig. Aber so hat halt jeder das Seine wahrscheinlich. Ja, dann hätte ich gesagt, dann bleibst du bei deinen zwei Rädern und ich bei meinen zwei Ski. Ja, so machen wir es. Ja, so machen wir es.